We were dumb! We were dumb! Du zeigst es mir... ...übergekommen. Ja. Ich mache gerade den Tunnel noch ein bisschen höher. Geht hier ganz flott. Fabian, bist du gerade dabei zum Haus? Ne, ich bin in der Mine. Okay, wo soll ich denn die Melonen hinlegen? Hast Melonen? Ja, hab ich vorher gesagt. Hatte vorher gesagt, ja. Oh, sorry. Du siehst ja zum wertvollen Stuff mal dazu. Ja genau, wir platzen die danach an. Wenn du hoch gibst, gibt's Hammelfleisch. Jawohl, jawohl. Für Pferdekoilen. Das ist so geil. Der Tunnel wird wieder mal durch Wasser durchfahren. Das ist richtig geil mit Glas. Dann geht er hier glaube ich zu Simon hin und Fabian. Ja, so hier muss er noch ausgebaut werden. Kaukau habe ich auch. Ach so, hier kommen wir mal denen raus. Brauchen wir nur noch Jungle Bäume, dann könnten wir die anbauen. Äh, hätte ich holen sollen, ne? Puh, das passt schon. Alter, euer Boden sieht einfach so abgefuckt geil aus. Das ist so ultra geil. Okay. So, hier irgendwo müsste die Bahn sein und geht es hier gerade zu tunen? Und ja, geht's wieder. Raphael, ich mach... Ah, ja Raphael, stimmt schon. Raphael, ich mach mal nen 1er Tunnel in Richtung euch. Wie das dann bei euch im Keller aussehen wird, das könnt ihr euch machen oder dann zeigen. Aber ich mach zumindest mal nen 1er Verbindungsgang, damit wir hier mal ne Verbindung haben. Zumindest professorisch. Das ist dann genau hier in der Mitte. Dürfte ich nicht, ich bin ja nicht mehr weit weg. Ja. Hat Gott sei Dank ne Diamantspitz-Axt. Bis ich ihn verzaubert. Wie geht das hier, Herr Glückslot? La 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 la. Jede Zelle an jeder Stelle. Raphael? Ja? Out of the dark. Oh, komm schon. Hehehehe. Ah, ja schau dir! Hehehehe. Ja. Hey, Spaß. Falco ist super, aber... Aber nicht, wenn ich singe. Ja. Du wirst lachen, ich mag das auch nicht, wenn andere Leute singen. Und trotzdem mache ich selbst. Das ist... Die Logik verstehe ich überhaupt nicht. Das ist auch nicht, warum du aus Schmerzen nicht lernst. Schmerzen. Achso, ja. Ihr müsst wissen, ich sing jedes Mal. Ich sing, ich sing Raphael immer Out of the dark vor. Und Raphael boxt mich dann jedes Mal. Hehehehe. Er will einfach nicht aufhören. Oh mein Gott, ich bin zurück. Oh mein Gott, wo warst du? Ja. Ja, sie hat nichts hergefunden. Das musste ich ihr den ganzen Weg noch irgendwie zeigen. Achso lol. Ja. Ich habe dir fast keine Ahnung, geschickt. Und deswegen... Öhhhhh, ein Problem. Okay Raphael, ich bin jetzt fast bei euch. Das Problem ist, hier ist die Erde... Ein Biss ist das Niveau zu hoch. Das heißt, ich muss mich hier noch tiefer reingraben. Das Niveau ist zu hoch. Ja, ist halt so... Das muss tiefer. Hallo. Jetzt bleib mit hohem Niveau. Ich mach jetzt einfach mal so und dann machen wir das hier so tiefer. Warte mal, Julian. Hat das geheißen, ihr hättet die ganze Zeit reden können und habt einfach nicht geantwortet? Öhhhhh. Hahaha. Also einfach easier. Ja, ist Lea jetzt wieder da? Ja. 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 Jaaaa. Jaaaa. Wir haben ein bisschen gestritten und das wäre nicht gut, wenn das gehört hättet. Ach. Sooo. Ja. Ich habe Hunger. Das habe ich schon mal gehört. Warte. Ja, wie machst du Hunger? Warte. Wieder. So, Raphael. Ähm. Ich bin... Wo bist du denn? Ja. Geh mal bei euch in das unterste Stock weg. Ich glaube, dass ich hier schon irgendwie in der Nähe bin. Ja, da will ich hier nicht, dass du reingripsen. Weil das nicht passen würde. Aber... Ich bin... Ja, ihr könnt ja noch einen Stock drunter ausheben. Achso. Jetzt weiß ich glaube ich, was du gemeint hast. Wo bist du denn? Warte. Ich gerade... Ich gerade... Ja, ich gerade mich gerade hoch. Verdammt. Ich bin immer noch irgendwo im Wald. Warte mal. Ey, Moment. Wo bin ich denn hier? Hä? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Ach, ich muss noch weiter nach links, verdammt. Oh-Oh-oh-oh-oh. Warte, Geörg. Warte, Geörg. Warte, Geörg. Nein. Nein, ich geh sofort wieder weg. Ich vergrab mich wieder, du wirscht mich nie mehr finden. Du kannst noch deine Nasch oder so. Warte. Was ist das? Waa! Geh weg! Geh weg! Geh schon wieder Regen. Ach jetzt, dann schlägt's aber aus. Ach, Entschuldigung, Entschuldigung. Achtung, Achtung, Achtung. Ich muss noch weiter in die Richtung hier. Wenn wir jetzt genau in die Richtung gehen. Weißt du, was du meinst? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Sollen wir in den Berg hineingraben und dann die Kurve so machen, dass man aus diesem Wasserfall rauskommt? Okay, ich will es dir zeigen. Okay. Ich will dir zeigen. Ich will dir zeigen, die Welt. Äh, warte mal, da. Ne, warte. Wo bin ich? Wo bin ich? Halt, was ist hier los? Oh, wenn ich dann nachher nach oben komme, haben wir über einen Steck Eisen. Alter! Ein Steckchen Eisen. Ach so, du willst ins Haus rein. Ne, 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 ne. Ich würde es toll finden, wenn das hier rauskommen würde. Ja, kann man machen. Oh, Fabian, ich habe gerade noch fünf Bücherregale gemacht. Ich glaube, das passt sogar vom Niveau her. Ne, da müsste es zu tiefer gehen, glaube ich. Hmm, soll ich dir die vorbeibringen? Ja. Ach so, ja, kannst du, platziere sie gleich hin. Okay, fast. Ich will es dir. Oh, komm. Ich muss es dir dann mal schöner machen. Sieht perfekt aus. Die Frage ist, Raphael, wo geht es hier wieder zurück in den Tunnel? Scheiße. Warte, das war hier irgendwo. Fabian, wenn du wieder hier oben bist, im Kühlschrank liegt das Essen. Jawoll. Okay, Raphael ist AFK. Ah, okay. Aber wie ich jetzt schon ewig abstraillt meine bin, aber trotzdem ewig auch keine Diamanten gefunden habe. Ja, toll, was der erste, der sich gewünscht hat. Ja, der fünftige Davor hat ziemlich viele gefunden. Ja. Ja, eben. Wurde ihn schon ganz genervt. Ja. Ja, wenn ich liebe, hier wäre der auch. Da hat du mir so keine gefunden. Ja, Raphael, habt ihr schon welche gefunden? Ja, ist ja nicht da gerade. Hier, kannst du schon welche? Ah, ja. Ah, okay. Auti. Das fragste, Bann. Äh, seit letzter Aufnahme? Nicht so viele, aber es hat, glaube ich, viele Diamanten... Na doch, Diamant-Spitzhacke. Also sechs Diamanten waren es, genau. Ah, okay. Stimmt. Ja, komm, hier, mach auch was. Hast'n Eimer. Was denn? Hast'n Eimer. Stimmt davon. Ja. So. Ey, äh, Julan, steht ihr zwei noch am Pool? Jo. Sehr gut. Könntest du dich auf diesen Kiesweg kurz mal hinstellen? Kiesweg? Ja, da ist so ein Kiesweg in Richtung euer Haus. Äh, jetzt in dem Baumteil oder Wiese? Ja, vom Pool weg geht dieser professorische Kiesweg Richtung Haus. Ah, da kann ich sehen. Stell dich circa in die Mitte des Kiesweges. Okay, sehr gut, danke. Kannst du wieder weitermachen. The fuck. Ich grab hier nämlich gerade den Eisenbahntunnel, den Raphael hier raus haben will, genau hier. Ah, egal. Und ich hab's, glaube ich, geschafft. Ich bin gespannt, wie das jetzt mit dem Niveau ist. Lol, es ist wirklich zu tief. Ups, achso. Oh, schade, ich hab einen Fehler gemacht. Ja, ich komm genau hier raus, wo es soll. Das heißt, ich kann noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Dredzehn Blöcke. So. Oh mein Gott. Und Simon, wie viel Wolle haben wir jetzt? Ah, knappen Stack, glaube ich. Wow. Ich glaube, ich mach mal nen Teppich. Alter, Teppich. Drei, vier, fünf, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ja, wüsst ich nur, wie man nen Teppich machen würde. Ja, das zu neu. Ja, warte, ähm, also brauchst du das Rezept noch? Nee, nee. Okay. Ich glaube, ich war zuerst ein, irgendwie, so weißer Teppich sieht nicht so gut aus. Okay. Jo, entschuldigung. Ich weiß nicht, wo Blumen oder so besorgen sollte. Entschuldigung, jetzt geht's gerade. Äh, ich hab den Verbindungstunnel jetzt auch zu Raphael. Das heißt, wir können problemlos, ohne dass wir durch diese Wälder gehen müssen. Warte, den hab ich halt noch gar nicht gesehen. Ja, das ist ja nur professorisch momentan. So, ich ist es momentan ein Einzertunnel. Aber zu, ähm, zu, äh, zu, äh, zu, äh, zu, 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 zu Fabian und zu Simon haben wir schon nen breit ausgebauten Tunnel. Okay. Ich bin trotzdem nachvollziehend. Ja, ich kann es durchziehen. Ich glaube, Rieder wollte hier einen Eisenbahn...